Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht hast du auch das Problem, dass du mit deinem Management während dem Trade struggelst. Und ich will dir heute mal etwas näher bringen, was dir bei diesem Problem enorm helfen kann. Nämlich das Denken in Liquidität. Und ich will dir heute mal ganz konkret zeigen, wie das deine Perspektive auf den gesamten Markt völlig verändern kann. Okay, ich habe eingangs ja schon erwähnt, es soll sich heute komplett um das Thema Liquidität drehen. Und insbesondere darum, wie du dein Trade Management und auch dein Stop Loss Placement dadurch verbessern kannst, dass du Liquidität wirklich verstehst und im Markt anwendest. Denn das ist meiner Meinung nach ein Thema, das extrem wichtig ist und sehr häufig einfach übersehen wird oder nicht wirklich gelebt. Und ich muss sagen, ich habe dieses Thema auch erst in den letzten Wochen so richtig aufgearbeitet und in mein Trading integriert. Und ich möchte euch das Ganze heute mal zeigen, wie wichtig das ist und wie sehr das die Managemententscheidungen beeinflussen kann. Anhand eines potenziellen Trades. Es soll gar nicht so sehr um den Trade gehen, sondern die Mechanismen dahinter, aber ich möchte das Ganze praktisch nahmöglich zeigen. Okay, grundsätzlich zum Thema Liquidität. Was ist Liquidität? Das bedeutet im Endeffekt nur, dass es die Möglichkeit gibt, dass jede Seite eine Gegenseite für ihren Trade findet. Das heißt, wenn eine Institution eine Position eingehen möchte, bekommt sie eine Gegenseite, die die Gegenseite dieses Trades eingeht. Das heißt, wenn die Institution long gehen möchte, muss jemand short gehen. Und in der Regel sind das die Retailer. Das heißt, wenn eine Institution long gehen möchte, muss jemand short gehen und das sind in der Regel die Retailer. Und dieses Konzept kann man sich für absolut alles zunutze machen, wenn man das mal wirklich verstanden hat. Okay, es soll hier um einen Trade gehen und wir wollen uns, der Grund ist egal, aber wir wollen uns vielleicht einfach überlegen, wie können wir hier long in den Markt einsteigen. Wir haben vielleicht dieses Level für uns ausfindig gemacht und sagen, okay, wir möchten einen Einstieg. Wir wollen jetzt nicht einfach wahllos in den Chart einsteigen, weil wenn wir uns einen long Einstieg suchen, dann hat das ja nur einen Hintergrund. Wir glauben, dass der Chart steigt. Und warum glauben wir denn, dass der Chart steigt? Naja, ganz einfach aus einem Grund. Offensichtlich glauben wir dann, dass Institutionen ein Interesse daran haben, den Markt long zu bewegen. Das heißt, sie brauchen jemanden, der Short Order ausführt. Wie können sie das Ganze machen? Indem sie Leute dazu bringen, in den Markt einzusteigen und dann deren Stop Loss zu benutzen. Stop Loss ist in dem Falle Liquidität. Und genau dieses Prinzip kann man sich zunutze machen und sollte man einfach verstehen. Das heißt, wenn eine Institution hier long gehen möchte, braucht sie die Gegenseite, die Short geht. Das bedeutet entweder jemanden, der einfach wahllos in den Markt shortet. Hier ist allerdings fraglich, ob man hier einfach mitten im Chart wirklich einen Punkt findet, wo so viele Leute Short in den Markt gehen, dass es sich lohnt. Oder man bringt die Leute eben dazu, sich frühzeitig im Markt zu positionieren und dann deren Stop Loss auszunutzen. Und genau dieses Prinzip will ich euch hier zeigen. Man bringt Leute dazu, solche Trades hier zu eröffnen und vielleicht hier so, nehmen wir einfach mal das Ganze hier an verschiedenen Tiefpunkten zu machen. Es werden immer long order in den Markt geworfen. Man sieht es hier, vielleicht auch hier nochmal so. Und dann sammelt sich hier Liquidität an. Und diese Liquidität bedeutet umgekehrt ja, alle die Leute, die hier long gehen, verkaufen in ihrem Stop Loss Short. Das heißt, wenn eine Institution jetzt long gehen möchte, was kann sie denn machen? Jetzt relativ offensichtlich oder den Markt halt drücken in dieses Stop Loss Cluster, damit sie die Liquidität bekommen, um den Markt steigen zu lassen. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, bevor ein richtiger Long Move starten kann, macht es Sinn, sich anzusehen, wo könnten denn Stop Loss liegen. Und wenn wir uns das so ansehen, dann sehen wir, okay, das ist der absolute Tiefpunkt. Wenn der gebrochen wird, wollen wir wahrscheinlich eh nicht mehr long sein. Aber so diese ganzen Verlaufstiefs danach sind interessant für uns. Das heißt, das da hier, das da hier, das da hier, das, 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 das. Und nicht zuletzt natürlich auch dieser Docht, der ist so sehr, sehr, sehr markant. Den würde ich mir einfach mal so merken, weil es so ein, ja schon sehr auffälliger Docht ist. Das heißt, wir können uns schon mal hier in diesem Bereich vorstellen, dass hier möglicherweise was passiert. Und zeichnen uns einfach mal vielleicht so eine Linie ein, die nicht als Support gelten soll, sondern als Zeichen, hey, hier liegt Liquidität. Und dann gucken wir mal, was der Markt macht und sehen uns das Ganze einfach mal an. Okay, es ist ein bisschen langsam, ich mache das mal schneller. Der Markt kommt nach unten und holt sich natürlich diese Liquidität, weil er braucht sie ja sogar. Das heißt, wir sind jetzt hier im Tiefpunkt, sehen, wir haben dieses Tief noch rausgenommen, wir haben auch dieses markante Tief rausgenommen. Und angenommen, wir haben dieses Tief getroffen, warum soll jetzt einfach nicht so wichtig sein? Wir sind jetzt ebenfalls long im Markt, weil wir der Meinung sind, okay, die Institutionen haben uns hier benutzt, um in den Markt zu kommen. Dann machen wir das Ganze doch auch und hüpfen fröhlich hinterher und gehen long in den Markt. Wir nehmen dieses Tief hier als Stop Loss. Warum? Einfach aufgrund dessen, dass die Annahme ja ist, dass diese Liquidität dazu dienen sollte, in den Markt einzusteigen. Das heißt, wenn wir sogar dieses Tief hier brechen, wissen wir nicht mehr, ob vielleicht nicht das alles hier noch geklärt wird und dann wollen wir auch nicht mehr dabei sein. Damit haben wir vielleicht potenziell einen Trade und der Markt bewegt sich erstmal so ein bisschen hin und her. Und was jetzt auffällt, ist natürlich, dass sich hier wieder ein ähnliches Bild zeigt. Und hier kommt das Thema Management ins Spiel und die Frage nach dem, wo liegt Liquidität und wohin führt diese Liquidität? Denn wenn man sich hier jetzt die Frage stellt, okay, wann stelle ich meinen Stop Loss denn auf Break Even? Dann sollte man sich hier die Frage stellen, ist der Bereich denn sicher? Ist es möglich, dass der Markt nochmal hier nach unten kommt? Vielleicht nochmal einige Leute raus ekelt, bevor er davon zieht? Oder bin ich vielleicht schon sicher, weil der Markt abgehauen ist? Und genau dafür kann man sich dasselbe Prinzip zunutze machen. Denn wir sehen ja hier, der Markt steigt wieder mit solchen, ich sag mal, Verlaufstiefs, die nicht mehr so wichtig scheinen wie dieses Tief hier unten. Und wir haben uns ja das da hier initial markiert, das heißt, wenn das gerissen wird, ist sowieso klar. Aber das bedeutet, hier auf dem Weg liegt scheinbar noch einige Liquidität und wir können nicht ausschließen, dass der Markt da nochmal hinläuft. Machen deshalb nichts und schauen uns den Trade einfach nur weiter an. Der Markt kommt nochmal nach unten. Ich ziehe das Ganze hier einfach nur mal nach oben, einfach so als Merker. Angenommen, wir haben einfach eine hohe Trade-Idee. Der Markt kommt hier nach unten. Das haben wir ja nochmal eingeräumt, weil wir gesagt haben, okay, wir wissen nicht genau hier, dass alles könnte geklärt werden, ist für uns in Ordnung, kann er tun. Schauen wir mal, was passiert. Man sieht, der Markt nutzt auch diese Liquidität wieder, um weiter long in den Markt zu gehen und er schraubt sich wieder so Stück für Stück nach oben. Auch hier sieht man wieder so einen kleinen Anstieg. Was macht er? Er nimmt die Liquidität aus diesen Tiefs raus. Also ich denke mir das nicht aus. Es funktioniert einfach. Was kann man jetzt sehen? Auch hier wird es wieder sehr, sehr spannend. Fragt man sich natürlich, hey, kann ich mein Stop-Loss auf Break-Even ziehen? Macht das vielleicht Sinn? In meinen Augen nein, weil der Markt ist nicht weggelaufen. Was macht der Markt denn gerade, wenn man genau hinschaut? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde relativ auffällig, dass der Markt hier so eine Box bildet, eine Range. Wenn man sich eine Range anschaut, ist das natürlich das Akkumulieren von Positionen und die Frage ist jetzt, in welche Richtung erfolgt der Ausbruch? Und hier kommt dasselbe Prinzip zum Tragen, dasselbe Prinzip, das man anwenden kann. Fragt euch immer zwei Dinge. Erstens, wo liegt Liquidität? Und zweitens, was ist der Zielbereich für Liquidität? Und wenn man das auf diese Range überträgt, gibt es ja jetzt genau zwei Szenarien. Entweder hier liegt, also offensichtlich liegt genau unterhalb der Range Liquidität und überhalb. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Und die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, nehmen wir die Liquidität hier oben, um nach unten zu kommen? Dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass das alles hier nicht mehr halten wird, weil offensichtlich, wenn diese Liquidität benutzt wird, um den Markt nach unten zu forcieren, dann ist wohl das Ziel tiefere Kurse als das hier. Und eben auch umgekehrt, wird die Liquidität unterhalb dieser Tiefs genutzt, ist die Intention wahrscheinlich, über diese hochzukommen. Wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die man sich einfach zunutze machen kann für sein Trade Management, weil, wenn ich mir jetzt überlege, dass der Markt zuerst nach oben geht und dann in die Tiefs zieht, dann weiß ich, meine Position wird wahrscheinlich in den Stop-Loss laufen, ist dann auch in Ordnung. Umgekehrt aber, wenn der Markt hier runterläuft, diese Liquidität nimmt und diese hochs rausnimmt, dann weißt du, du kannst deinen Stop-Loss endlich auf Break-Even ziehen, weil dann hat der Markt höhere Ziele. Und genau das ist, was hier dann letztendlich auch passiert, wenn man es sich ansieht. Der Markt kommt nach unten, nimmt die Liquidität unter diesen Tiefs und zieht nach oben durch. Heißt für uns in diesem Fall, Stop-Loss kann auf Break-Even, denn der Markt hat hier unten nichts mehr verloren. Wir wissen weiterhin nicht, was in der Zukunft passiert. Ob er jetzt vielleicht diese Liquidität nimmt, um weiter nach unten zu kommen, wissen wir nicht mehr. Aber Fakt ist, wenn der Markt hier nochmal nach unten kommt und unter dieses Tief, dann gibt es keinen validen Grund mehr, warum er nochmal drehen sollte für mich beziehungsweise das Risiko dafür ist dann einfach zu hoch. Das heißt, da ist der Moment gekommen, ab dem ich es für sinnvoll erachte, auf Break-Even zu ziehen. Das heißt, egal wo ihr euch im Markt befindet, überlegt euch immer, wo liegt Liquidität und wohin führt diese? Diese zwei Fragen musst du dir immer beantworten. Und wenn du die Antwort darauf findest, kannst du dein Management verbessern. Und genau das sieht man hier eben auch wieder. Der Markt schraubt sich so Stück für Stück nach oben. Was haben wir gemacht? Wir haben dieses Hoch hier rausgenommen und der Markt bewegt sich weiter. Wir gucken uns das Ganze noch ein bisschen an. Man sieht auch hier wieder richtig schön, der Markt läuft hier nach unten, nimmt die Liquidität wahrscheinlich unter diesem Tief, um nochmal hier nach oben zu kommen, vielleicht hier Position rauszunehmen, bevor er wieder nach unten fällt. Geht unter dieses Tief. Wir sehen wieder eine Reaktion. Er kommt wieder ein Stückchen nach oben und wir lassen ihn laufen. Er nimmt auch hier wieder Liquidität unter diesem Tief, bewegt sich wieder nach oben, holt wahrscheinlich hier Position ab, die er wieder schließen möchte. Und ihr seht, Stück für Stück schraubt er sich nach unten und wäre jetzt Break-Even raus. Durch sinnvolles Management von einem Loss bewahrt, je nachdem, wo das Ziel vielleicht ist, ein Winning Trade, vielleicht ist das Ziel ja einfach nur dieses hoch gewesen, vielleicht ist das Ziel das hier gewesen, aber es geht um die Mechanik dahinter. Legt nicht euren Stop-Loss einfach random auf Break-Even, weil der Markt so und so viel gelaufen ist, sondern überlegt euch einfach mal strategisch, wann macht es Sinn, den Stop-Loss auf Break-Even zu ziehen. Ich sage nicht, dass es richtig so ist, dass es perfekt so ist, aber ich bin mir sicher, dass das Trade Management dadurch deutlich besser wird, wenn du dir genau überlegst, warum du das Ganze so machst. Zusammenfassend also nochmal gesagt, zwei wichtige Punkte, die du dir überlegen solltest. Erstens, wo liegt Liquidität? Zweitens, wohin führt diese Liquidität? Und wenn du die zwei Fragen beantworten kannst, kannst du mit Sicherheit dein Management verbessern. Das soll es dann für heute auch zum Thema Liquidität und Management gewesen sein. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich wie immer über ein Like freuen und wenn du noch kein Abonnent des Kanals bist, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo von dir freuen. Ansonsten wünsche ich wie immer stabile Trades. Passt auf euch auf, passt auf euer Konto auf. Ciao, ciao.